Dieses Video wird unterstützt, durch Produktplatzierung. Und damit herzlich willkommen zu Battlefront 2. Vor zwei Jahren. Wir erinnern uns, als wär's gestern gewesen, kam Battlefront raus. Die Videos damals waren... Die Videos damals waren atemberaubend. Leg ich mich fest, mit Battlefront 2, Multiplayer-Beta hier, der wir heute Zeuge... ...werden können. Gibt es einen Starfighter Assault-Modus? Space-Based Experiences. Fly iconic Starfighters in the number of different space combat scenarios. Und ja, das probieren wir heute aus. Genauso wie Galactic Assault. Das ist quasi der Modus, wie man ihn kennt. Und ich bin hyped. Feuer! Alter! 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 Oh Junge, ab vier wird zurückgeschossen. Okay, wir müssen den Kasten hier verteidigen. Adjutant! Erschießen Sie den Klo-Krieger! Adjutant! Ah! Werde beschossen! Alter, hier. Kirche läutet. Wer ist denn da drüben? Ah, das sind die Spandauer, die es zu beschützen gilt. Ah ne, wir greifen hier an. Ah, dann sind wir in Köln. Geht hier über links? Hör mal. Jo, dat geht. Alter, jetzt fizzt dich die... Druiden! Was jetzt? Ich bin raus. Ah, ich bin auf Windows gekommen. Haha. Kann ich auch so reden? Roger, roger! Robo-Spandauer-Druiden! Spandauer-Druiden-Armee! Angriff! Schießen! Du auf, du Sau! Ja, beide! Druiden! Hahaha! Ja, Junge, Junge! Heno, Heno! Heno, Heno, Heno! Oh, Entschuldigung! Da war ich im One-Shot, wa? Oh, wir haben Battle-Points bekommen. Alter! Kann ich jetzt fliegen? Wuhu! Okay, Leute! Oh Gott! Ja! Hm, nicht invertiert. Ja! Oh, fuck! Japanische Tradition und so? Ah! Jawoll, Alter! Oh, ich brenne! Aussteigen! Ah! Ja! Oh! Oh! Alter, die Steuerung ist nicht invertiert! Ich kotze im Strahl, Junge! Oh, mir wird schlecht! Wat? Return to... Ja, wo lang denn? Ja, ich... In Spielen, wo man fliegen kann, ja? Hatten wir auch schon bei Battlefield 1. Da bin ich immer... Also, ich bin ja ein großer Befürworter der japanischen Kriegskunst. Und das... bedeutet, Junge, dass wir dem jetzt schön... Kamikaze! Oh, lol! Junge, der hat mich richtig erwischt. Ja, du musst da ein bisschen vorballern. BAM! Oh! Shit, ey! Den machen wir lang! Kamikaze! Ho, ho, ho! Nicht runter! Ah, so langsam? Kamikaze! Wir probieren jetzt mal den Heavy aus. Und F ist das Schild, wa? Oh, da ist ein Druide oder so. Ei, ei. Jawoll, Alter! Nur mal drauf, Junge! Oh, Junge! Was machen die da alle? Kann ich jetzt den Dicken spielen? Ah, okay. Ciao! Oh, der hat kassiert. Aber er ist nicht tot. Lol. Wir spielen mal einen Officer. Der hat eine Pistole. Sehr bedrohlich. Ja, 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 ja. Nächter, 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 nächter. Junge, der ist schon... LOL! Darth Maul! Ich eile ihn zur Hilfe, Darth Maul! Jo, alter, was? Hinterher! Junge, jetzt kommt die Offensive. Bring ihn um! Nächter! Mach die Affen lang! Nein! Ich hab sie unterstützt! Weiter, weiter, jetzt kommt... Nein! Oh! Okay, ich spare jetzt. Wie viele Punkte habe ich? 1300. Da muss mehr her. Alter! Ich muss Darth Maul spielen. Please! Ich muss jetzt intelligent spielen. Intelligent! Ich warte immer einfach auf mein E und baller die ganze Zeit Q rein und versuche nicht zu sterben. Ah, das sind einfach... Du kommst um die Ecke! Da stehen 50 Leute! Oh, noch null! Was? Okay, das ist echt schwer. Als Druide, glaube ich. So, auf ein neues. Jetzt den Darth Maul. Ah, das wird schön, das wird schön. Ich bin schon so hyped, Alter. Loi! Zwei! Das ist okay, Na. Was ist los mit dir? Loi! Han Solo! Du alte Scheiße! Ich hab Han Solo getötet, Junge! Sturmangriff! Sturm! 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 Oh! Bitte haltet durch! 44 Leben! Ist übrigens mein Lieblings Sith Lord. Eigentlich mein Lieblingscharakter im ganzen Star Wars Universum, tatsächlich. Junge, der war in der Ausbildung und hat zwei Jedi's fast weggemacht. Auch mit den Hörnchen, so. Oh, ist das dein scheiß Ernst? Junge, jetzt... Legen die da Minen hin? Ich hab ihn! Was? Maxima... Der ist im Spiel? Jetzt warte ich. Jetzt hab ich genug Punkte für Darth Maul und jemand anders spielt ihn. Junge, nur noch acht. Ich will doch einfach nur Darth Maul spielen, bitte. Wegwech! 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 Haben wir! Sieben! Acht! Neun! Hab ich! Zehn! Zehn! Ah! Shit! Ah! Heroes available! Ja! Nein! Junge! Irgendwer hat ihn! Ah! Please! Stirb! Ja! Genau das, Junge! Ah Gott, Junge! Jetzt wird erstmal einer schön durchgewirkt. Ich muss aber bedacht... Wir gehen einfach mal rein, würde ich sagen. Oh, Junge! Ich bin fast tot! Jetzt brechen wir hier mal durch, war! Mann! Solo, du alte Scheiße! AHHH! FAAK! Das war ja der! Ich habe been waiting! Jetzt meine lieben Freunde nehmen wir den Starfighter Assault Play Mode. Alter, ich werd so reinscheißen. Oh. Oh. Oh ja, Fighter. So, Junge. Ah, man kann es suchen. Okay, jetzt erstmal wieder umges... Den nehmen wir. Oh, Junge, Junge, der zieht da vorbei. Du alte Scheiße, wo bist du? Ich bin überfordert! Alter, das fühlt sich so übel an. Holy shit, die Steuerung ist echt nicht einfach, ey. Ich seh nichts, Junge. Wer schießt denn die ganze Zeit um mich? Sind das irgendwie Pros? Probier mal den A-Wing. Alter. Ich stell mich halt an wie ein Hau... Alter, wie die einen wegmachen. Junge, hör doch auf, mich abzuballern! Boah, das Ding! Nein! So, Junge. Jo, der ist in den Rhein geplatzt. We've lost too many. We retreat the fight another day. Ich hab eigentlich... Ich trau mich... Ich will gar nicht. Ich... Ich trau mich hier eigentlich gar nicht rein mehr, ey. Ich... Wir brauchen irgendwie mal... Wir brauchen irgendwie mal... Wir brauchen mal... Ein Upgrade. So, Leute. Liga Roni im Einsatz. Wir starten auf die Kiste! Leute, wie empfindlich das ist! Aaaaah! Oh! Wow! Reparieren! Er droht dich! Haben wir gleich unter Kontrolle. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Nein! Uh! Nee! Eh! Immer noch! Junge, geh weg! Geh weg! Geh weg! Boah! Junge, dich mach ich! Schuss! Ja! Ich hab einen, Junge! Nächster! Na, jetzt komm mal her! Komm mal zum Papa hier! Nee! Du kommst nicht weg! Die Sau! Separatistenschweine! Nein! Ich musste nachladen! Jetzt geht's ab, Leute! Jetzt kommt die Kiste warm, Junge! Jetzt geht's in die Fresse rein da, Digga! Na komm schon! Ja! Junge, ähm, oder? Jetzt du! Uuuuh! Was, Mann! Wo ist der Nächster? Separatist! Die kriegen wir! Die kriegen wir! Und jetzt kommt die Rakete, Junge! Hab Spaß! Hab Spaß, mein Freund! Komm mal her! Komm mal her, du kleine Maul! Raus! Uuuuh! Baaam! Oh, jetzt bist du dran! Nein! Oh! Cut! So, wo ist der Feuerball, Junge! Oh! MVP, Hand of Blood! Seht ihr? Mit meiner Macht! So, Leute! Ja, ich würde sagen, da ist noch Potenzial nach oben da. Ich bin sehr gespannt, wenn das Spiel rauskommt. Mehr Maps, mehr Fahrzeuge und so weiter. Ich sehe das Potenzial. Ich muss sagen, beim ersten Teil hat es mich ein bisschen gestört, dass es keine Raumschlachten mehr gab und dass man generell nicht so viel Content hatte. Auch jetzt hier mit den Jedis, dass man nicht mehr die Marken einsammeln muss, sondern quasi im Match gut performen muss, Punkte sparen muss und dann so Special Units finde ich viel besser. Also gerade dieses Spahn of Darth Maul und dann hat man ihn und dann zackt man übel rein! Ja gut, das kann mal passieren, du! Heute Abend gibt es einen Stream mit dem lieben Markhoff. Alle Links in der Beschreibung, da zocken wir in dem Multiplayer-Koop-Modus. Bin ich auch sehr gespannt, vor allem mit Maxim. Ja, genau die Musik, die muss da hin. Auf Wiedersehen!